Ich bin Carola Mathies und wir führen diesen Familienbetrieb jetzt mit mir in der fünften Generation wirklich mit Herz und Leidenschaft und das spielt unser Team auch und uns ist das wichtig, dass wir hier auf Augenhöhe kommunizieren. Dadurch, dass wir ein Familienunternehmen sind, können wir kurze Wege einhalten und wenn jemand eine Idee hat, was er gerne ausprobieren möchte, dann haben wir dafür Gehör und dann kann man das eben auch schnell umsetzen und schnell mal ausprobieren und eine neue Torte wird dann von allen probiert und dann eben gemeinsam entschieden, ob wir sie einfach direkt ab morgen im Tresen anbieten. Heute brauchte ich eine glutenfreie Torte, deswegen habe ich unseren Buchweizenboden genommen und so mit Johannisbeerkrem, Sahne, frischer Johannisbeer, habe bekommen am Ende eine schöne Johannisbeer-Buchweizen-Torte. zusammengeorable Bewerbeste Dann schaue ich uns wieder auf. So dass du ein paar bis zum Vorhaben ausprobieren kannst. Dann gehen wir mal wieder umfohlen. Dann gehen wir mal wieder in die nächste Nacht. Und dann gehen wir kommen wieder ein.